Werfen wir nun einen Blick in die Schaltzentrale unseres Krankenhauses. Beeindruckend, wie viel Technik für den Betrieb einer hochmodernen Klinik erforderlich ist. Die technischen Anlagen verteilen sich über nahezu das gesamte Untergeschoss. Von hier wird die Versorgung mit Wasser, Strom, Sauerstoff, Wärme, Kälte und vielem mehr gesteuert. Damit ist auch die technische Abteilung ein wesentlicher Baustein, damit unsere Patientinnen und Patienten bestens versorgt sind.